Woche 2 Pause der Reizlosigkeit Der Mensch hat sich so sehr an den andauernden Reiz von den Sinnen her und die damit verbundene mentale Beschäftigung gewöhnt, dass man in der Bereizung erst das Gefühl hat, jemand zu sein. Erst darin fühlt man sich lebendig. Das Identitätsgefühl, welches sich durch Berieselung von außen definiert, ist eine schwer zu tragende Bürde. Fällt die Bereizung einmal aus, taucht schnell existenzielle Leere auf, die man durch das beherrschende Konzept des andauernden, auch mentalen Tätigseins nicht einmal fühlen müsste. Und dennoch spürt man die ganze Zeit das Gewicht der Bürde, welche aufgrund der Überreizung, in Klammer, des Tuns und der Sinnenberieselung, aber auch des Drehens von Gedanken auf einem lastet. Die Pause der Reizlosigkeit stellt eine Quelle der Kraft dar, einen ersten Zugang, die gewohnheitsmäßige Außenorientierung nach innen umzudrehen. Oberflächenwahrnehmung, die in die Welt gerichtete Aufmerksamkeit, ist reaktiv. Dabei wird die wesentlichste Eigenschaft der Seele, das Stille ausrichten, auf das, was einem zutiefst wesentlich ist, übergangen und man verbleibt in alten Mustern der Konditionierung. Dann wirken nur unterschiedliche Variationen angewöhnter Wünsche und Haltungen. In den Momenten aufrichtiger Bereitschaft zur Hingabe fällt man nicht immer gleich in die Liebe hinein, sondern meistens erst einmal in ein Loch. Die alte Stimme des Unglaubens und der tausend Einwände fühlt sich dann bestätigt, dass es verrückt sei, sich ganz hinzugeben. Das scheinbare Nichts, das sich da auftut, ist aber nur die Erfahrung, nur halbherzig und partiell eingewilligt zu haben und ganz tief drin, sich noch Nischen des Eigenwillens belassen zu haben. Es braucht kein Feuerwerk oder spektakuläre Begeisterung und auch nicht prickelnde Gefühle oder freudige Erregung. Der innere Weg benötigt keine Special Effects. Ganz still willigt man ein. Einfach ein in die Beziehung zu Ratha und Shyam. Es ist das Allernatürlichste. Es ist nicht mehr eine Bemühung um irgendeinen Schein und dies bringt unglaubliche Entlastung mit sich. Krishna, ich komme nicht um eines Gewinnswillen zu dir, sondern allein wegen dir selber. Wenn die Seele den inneren Weg zum ersten Mal entdeckt, dann ist es, als käme man aus der Wüste und betrete erstmals üppiges Land. Dies ist auch so, wenn man zuvor ein versöhntes und bequem angenehmes Leben führen dürfte. Man entdeckt Weiden, die einem völlig unbekannt waren. Es scheint das Land zu sein, in dem Milch und Honig fließen. Die reine Liebe ist ein völlig anstrengungsloser Zustand, welcher dem Rausch des Verliebtseins zwischen Mann und Frau gleicht. Das sind die Flitterwochen des inneren Weges, die aber doch noch ein Strohfeuer sind, da sie noch immer auf erstaunlichen Erfahrungen, Bereizungen beruhen. Im Weitergehen stellt man jedoch fest, dass der innere Weg danach auch durch ganz andere Landschaften führt. Nach dem üppigen Paradiesgarten wandelt man nun durch ein beschwerliches Terrain einer kargen und unwirtlichen Landschaft. Jeder Schritt scheint auf Hindernisse zu stoßen und jede Bewegung geht nur schwer. Es ist die notwendige Ernüchterung, damit man das Strohfeuer nicht mit der inneren Heißglut der Seele verwechselt. Alles Schwärmerische darf dem echten Weichen. Es ist die Phase tiefer Desillusionierung. Auf dem Weg zu Radha Krishna wird man durch unterschiedlichste innere Landschaften geführt. Wenn man in diesen Perioden den brennenden Enthusiasmus leicht eingeschränkt erlebt, bedeutet dies, dass die Liebe zuvor eben doch nicht bedingungslos war. Wenn das Strohfeuer des ersten spirituellen Enthusiasmus erloschen ist, zeigt es sich, ob man effektiv brennendes Interesse am Weg hat. Trägt man die Bereitschaft wirklich in sich, den Zustand des Kindsschülers, welcher alles auf einem Silbertablett serviert haben möchte, zu verlassen? Wahrscheinlich haben viele, die glauben, Schüler oder Fortgeschrittene des Weges zu sein, den Pfad noch nicht einmal betreten. Die wahre Schülerschaft reift innerlich heran, als wachsendes Vertrauen in die heiligen Namen. Sie kann nicht durch einen äußeren Akt wie durch den Beitritt zum inneren Kreis eines Lehrers erlangt werden. Die innere Gebetsschulung ist über lange Strecken hinweg Aushalten der eigenen Leere, Schweigen der eigenen Gedanken und Gefühle und ein stilles und doch konkretes Erahnen der Fülle inmitten der Leere.